So Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Sonic Dx Sonic Adventure Dx D-Rack, was gab es? Wir sind auf Speed Highway! Und ich glaube man sieht, warum er Speed Highway heißt. Ne, eigentlich nicht, weil das wäre eine ganz normale Stage. Speed Highway ist doch die Achterbahn, die Autobahn irgendwie. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon, ja doch. Kann doch wirklich Speed Highway sein. Ich bin also dumm dazu, den Speed wirklich zu benutzen. So, eine Glocke. Aha, dafür gibt es Ringe. Und weiter geht's. Oh yeah, Speed! Wir sind so langsam. Irgendwas mache ich falsch. Wow. Das muss zugeben, da bin ich in Sonic Generations ein klein bisschen besser. So. Helikopter. Geh auf den Helikopter. Du solltest noch weitergehen. Du solltest noch weitergehen. Sei sicher, dass die Propellers gefährlich sind. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Und jetzt irgendwie runter. Und jetzt irgendwie runter. Genau. Verdammt! Ich hasse euch! Wenn jetzt das Ziel kommt, ne? Wenn jetzt das Ziel kommt, ne? Oh! Jetzt geht's das Hochhaus runter! Aber volle Kanne! Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb Und ein Elektroschild, damit ziehen wir alle Ringe zu uns her Das wollen wir nicht verlieren, oder ist es das Wasserschild? Jetzt ist es auf jeden Fall gar kein Schild mehr In welche Richtung müssen wir denn? Verdammt, ich bin so schlecht gerade Aber nichts Neues, ne Freunde? Ja, nichts Neues nach dem Shit, den ich da wieder hinlege Aber gut, ich versuche es ja wenigstens, ne? Ein bisschen Skills und Zeugen, du verdammtes Äffchen! Das findest du witzig, ne? Tschüss, du verdammtes Äffchen! Und Ende! Wir haben die Schulglocke geläutet, Schule geht los, Kinder, das war's für den Part Und, ne, ähm... gut Ein bisschen was will ich dann auch irgendwann mal hinkriegen, ne? Ein bisschen was Ist jetzt nicht so die Höhe Gut Was auch immer mir jetzt das gebracht Polizei? Polente! Stopp! Geil! Wir rennen einmal auf Speed Highway ohne Sinn und Zweck Aber das ist uns vollkommen egal Ja, aber ich würde eigentlich nehmen, ganz so wieder zu den Mystic Ruins Wir haben die Schulglocke geläutet, sie sitzt immer in dieser Stadt Irgendwo in der Stadt Ja, hier, ne? Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass die rauskommt dort Ja, hier, in der Kanalisation wird sie nicht sein, aber man kann ja mal nachgucken Irgendwie kann ich mich an eine Szene erinnern Oh, kein Zug Okay Irgendwie konnte ich mich an eine Szene erinnern, dass wir irgendjemand mal da dringend getroffen haben Beim Zug Ja, wo zur Hölle ist Amy? Ich hab keinen Plan Dann Wieder mal Dann suchen wir wieder einen Partner Kennen wir ja von mir Mo Verdammt Oder ist Amy hier? Nee Von wo würde ich hingehen, wenn ich ein Mädchen wäre in der Stadt? Das ist eine gute Frage Ich könnte noch mal ins Casino gucken Hm Wo würdet ihr hingehen, wenn da ein Mädchen wäre und hier in der Stadt wäre jetzt? Freunde Na, den Stadtteil ist sie anscheinend ja nicht Dann gehen wir in den anderen Abschnitt Und ich würd sogar sagen, wir gucken Richtung Casino Und ich würd sogar sagen, wir gucken Richtung Casino Denn das ist eigentlich der einzige Stadtteil, der irgendwie noch offen ist Denn da ist eigentlich der einzige Stadtteil, der irgendwie noch offen ist So, ja, da ist es ja zu Wir müssen jetzt immer ins Hotel Wir müssen jetzt immer ins Hotel Nervig So Amy? Oh Mann! Where can she be? Aha! Sonic! Help! I'll cut him off at the Mystic Ruins Ah, irgendwas über die Mystic Ruins, aber ich hab keinen Plan, Freunde Wir gucken einfach mal dahin Anscheinend ist er hier wieder offen Dann auf zu den Mystic Ruins Let me go, you hump of junk! I mean it! Hey there, Bullbrain! You better get Amy to me or I'll squash ya! Hey, what's happening here? Hey, what's happening here? Stop! Sonic! Help me! Shoot! I lost her again! Oh, Sonic! Get to the mountain top! You still have time! Wir haben nicht genug Zeit! Gut, hoch da! Let's go! Äh, Bergspitze, Bergspitze Hier lang Hoffen wir Ähm Hier lang rennen? Okay Dann rennen wir hier lang Was machst du hier? Du hast keine Hobbys Ja, das hab ich gesehen Das war nicht toll, denn da ist Amy drinnen Oh, ne neue Fähigkeit, ja die nehm ich gerne an Ich hab keine Ahnung von was der geredet hat Das ist auf jeden Fall nicht die Bergspitze Planen wir das mal auf Und Okay Ja 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 Ich renne da noch mal hin Einfach weil ich es dort interessant fand und weil da ne Fähigkeit war Also so falsch kann es ja nicht Ah, okay So falsch ist es tatsächlich nicht Ähm Hier Rot ist etwas Rotes etwas Ah Lightspeed Dash Cool Cool Da bieten sich jetzt ganz neue Möglichkeiten an Und An Lachen, ne Neue Äh Jumpstage Aber anscheinend gab es im Casino irgendwie ein Chaos Emerald oder so zu gewinnen Weil ansonsten hätte Eggman Amy doch glaube ich nie gefangen genommen Was will er mit ihr ansonsten? Sie muss irgendetwas wichtiges haben Dass sich Eggman jetzt unter den Nagel reißen will Und Und Ah Gut Wir klettern auf die Bergspitze Und du lässt mich in Ruhe, Apfel Ansonsten hasse ich dich Gut, danke Das scheint eine kranke Stage zu sein Wieder mal Bei der die Kamera sehr sehr gerne wahrscheinlich mir verrückt spielt What the fuck Aber euch geht es doch gut, ne? Wir jumpen einfach mal merkwürdige Objekte an, würde ich sagen Falsch kann es ja letztendlich nicht sein Weil weiterbringen in der Stage wird es uns ja sowieso Außer mir kommt irgendwer bekannt vor Dann halt nicht Gut, wir sammeln mehr extra Leben Pop, 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 okay Bäm Das kann der Ultra schon Gegner angreifen Und Hoch da Wunderbar Ich bin gespannt Wir haben ja Also ich habe meine Aufnahme Session Und das ist jetzt der vierte Part, den ich aufnehme hier Mit, äh 30% begonnen Bin gespannt, wie viel Prozent wir jetzt schon haben Vier Chaos Emeralds Amy hat wahrscheinlich den fünften Aus dem Grund So viel fehlt eigentlich nicht mehr in der Sonic Story Will ja jetzt nicht sagen, dass das Spiel schnell vorbei sein will Aber ich freu mich eigentlich schon total auf die Tales Story Und was mich auch interessieren würde ist Was ist mit Tales passiert überhaupt? Wenn der tot ist, ne? Dann, dann hasse ich euch Naja, kann ja nicht gehen, aber Warum muss so mal immer Tales geschehen? Ich mag Tales Mehr als Sonic Ich mag komischerweise auch Eggman mehr als Sonic, aber Ist ne Ansichtssache Sieht ja jeder anders Und damit haben wir wieder 100 Ringe und wieder ein Extra-Leben Wuuu Und wem gefällt es nicht im Berg? Wir sind in einem Berg, oh yeah Da ist Lava und noch vieles mehr Und so, ich glaube, ich sollte auch werden zu singen Das war jetzt nicht Das war überhaupt nicht schlau Aber scheiß drauf Wenigstens kein Instant Death Und jetzt so viel Ringe sammeln billiger jetzt auch nicht, wirklich Bambambam Bambambam Du bist geil Sonic, wenn du das machst Aber du bist schlecht und schaffst das nicht Ich verstehe das Spiel manchmal nicht An Landen stellen Spiel Das war knapp Da stand ich kurz vorm Tod, glaube ich Wow Ja, das Doom ist halt in dem Game definitiv die Kamera Die gefällt mir überhaupt nicht Ja, Hammer Hammer Hammergeile Kamera Boom Boom, boom Wo muss ich hin? Darüber Offenbar Wer stellt hier Totenkopfsteine auf? Die rumtanzen Als wäre hier irgendwie Wind Wow Ich geh grad ab Aber Lava deutet doch eigentlich schon auf Finale hin, oder nicht? Na egal, wie die Stage ist Vorbei Bambambambam Und da haben wir eigentlich den Part recht gut ausgenutzt Würde ich sagen Jetzt einfach mal So Ne? Level C complete Jag den Egg Carrier, na Oh yeah, Elbem-Polene Dann gleich geht's doch nicht Der Egg Carrier entkommt anscheinend Da können wir nichts machen Da können wir nichts machen Oder vielleicht doch Mit Tails Ich wusste es Ich wusste es Tails! Ich bin glücklich, dass du gekommen bist Losuar Los geht's Los geht's 2 1 3 Gut, Flugstage Nr. 2, ich bin jetzt eigentlich kein Fan von den Shit, aus dem Grund verschiebe ich dann auf den nächsten Part. Ich will eigentlich aufhören aufzunehmen, meine Festplatte ist bald voll, aber das Spiel zwingt mich immer weiterzumachen hier. Ihr seht's ja, immer werde ich in der Actionstage rausgelassen. Na gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.